Lieber Tristan, vor fünf Jahren hätten wir beide nicht daran gedacht, jetzt hier zu stehen und diesen wichtigen Schritt im Leben gemeinsam zu gehen. Und jetzt geben wir uns in wenigen Stunden vor Gott das Jahrbund. Ich bin der glücklichste Mensch, den es auf dieser Welt gibt. Denn ein Traum wird wahr. Ich heirate die Liebe meines Lebens. Ich möchte dir hiermit sagen, wie wichtig du für mich bist und wie sehr ich dich liebe. Aber dieses vertraute Gefühl, wenn ich nachts aufwache und du neben mir liegst, ist so wunderschön. Wenn du mich fest in deinem Arm hältst und selbst im Schlaf auf mich aufpasst. Das Gefühl der Nähe und Geborgenheit, welches ich nie wieder missen möchte. Ich danke dir von Herzen, dass du für mich da bist und auffängst, wenn ich drüge zu fragen. Wenn mir mal nicht zum Lachen ist, dann zauberst du mir ein Lächeln auf mein Gesicht und stärkst mich, wo du nur kannst. Du hast meine Welt verzaubert und dafür danke ich dir. Ich werde immer an deiner Seite sein und dich lieben wie am ersten Tag. Ich werde dich halten, wenn du den Halt verlierst. Wir sind zusammen etwas Besonderes. Es fühlt sich so vertraut und richtig an. Genauso richtig, wie sich der Schritt in unsere gemeinsame Zukunft anfühlt. Ich freue mich so unbeschreiblich auf den gemeinsamen Weg, welchen wir zusammen gehen werden. Mein lieber Tristan, ich schließe diese Zeilen mit einem Lächeln auf meinen Lücken und einem wild klopfenden Herzen, weil ich an dich denke. Ich liebe dich. Deine Margarete 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020